Die Zenn- und Co. AG mit Sitz in Wiel bei St. Gallen ist seit rund 75 Jahren Ihr zuverlässiger Partner im Bereich Schwimmbad. An der Hubstrasse 104 finden Sie alles, was Sie für Ihr Schwimmbad benötigen. Wir sind Ihr Fachmann für Neubauten, Reparaturen oder Sanierungen von Schwimmbädern. Sie möchten ein Schwimmbad oder Hallenbad? Wir stehen Ihnen bei der Planung und Realisierung des Projekts mit all unserer Erfahrung gern zur Seite. Aus Alt machen wir Neu. Auch Sanierungen führen wir fachmännisch durch. Lassen Sie sich von uns inspirieren, damit Ihr altes Schwimmbad wieder in neuem Glanz erstrahlt. Folienauskleidungen oder Sanierungen sind ein weiteres Standbein von uns. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Schwimmbadfolien sind wir führend in der Auskleidung und Sanierung von Schwimmbädern. Mit unserem umfangreichen Angebot an Schwimmbadzubehör wie kindersichere Abdeckungen, Filteranlagen oder Schwimmbadchemie decken wir alle Wünsche rund ums Schwimmbad ab. Sind Sie neugierig geworden? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder gerade in unserem Geschäft vorbeizukommen. Wir beraten Sie gern. Ihr Senn- und Co. Team Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.